Mein Name ist Theo Parsens und ich bin der Gründer der Parsens Zahnwelten. Wir beschäftigen ca. 70 Mitarbeiter, verteilt auf zwei Standorte, Kleve und Kalka. Mein Name ist Maria Parsens, ich bin Praxismanagerin bei den Parsens Zahnwelten. Ich sorge dafür, dass immer der richtige Mitarbeiter am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Als Kieferorthopädin in der Praxis Parsens Zahnwelten ist es spannend, mit vielen unterschiedlichen Kollegen und auch anderen Fachrichtungen zu arbeiten. Ich arbeite bei Parsens Zahnwelten, weil hier einfach alles stimmt. Das Besondere unseres Teams ist der Zusammenhalt. Wir nennen uns sogar selbst die Zahnarztfamilie. Die Zahnarztfamilie. Die Zahnarztfamilie. Die Zahnarztfamilie. Untertitelung des ZDF, 2020